Willkommen! Tommy M. für einen Schweizer Großkunden macht dieses Modell mit dem Namen Valenza in einem Leder Czerba Taupe. Czerba ist ein Büffellederlecht angeschliffen, naturbelassen, mit einer tollen naturbelassenen Struktur, weich, samtig und doch pflegelecht, weil der Wasserbüffel sehr robust ist. Sie haben hier ein überbreites Longchair zum Launchen, auch zu zweit. Sie haben eine streng kubistische Form und Sie haben eher einen mittelfesten Sitz, nicht so weich wie oftmals, sondern eher fest. Der Rücken ist eher niedrig, sodass die Garnitur grazil wirkt. Klassisch kubische Optik, Zweier plus Longchair in einem Superbüffelleder zu einem Wahnsinnspreis mit viel Launching-Komfort. Sie können hier natürlich auch liegen, zu zweit, zu dritt. Sie können gut sitzen, Sie können lümmeln, ein paar Kissen drauf, dann wird die Garnitur noch schöner. Dieses Modell ist vielleicht was für Sie, wenn Sie was streng kubistisches wollen, in einem warmen Leder, das trotzdem pflegelecht ist. Modell Valenza, nicht Valencia, sondern Valenza von Tommy M. für Sie. Sie wird mich freuen. Dankeschön und Tschüss.